Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Crystal F., Camo Caputo und David DST. Bunkerromantik. Wenn man die drei Interpreten fragt, was Rap für sie ist, dann lautet die Antwort darauf, in irgendwelchen verrotteten Kellerstudios Fäuste zu rauchen, Jägi zu trinken und Tracks zu machen. Das Ergebnis davon bekommen wir jetzt als Album zu hören. Bunkerromantik beinhaltet 10 Tracks. Features kommen unter anderem von Mach One und Niles Davis. Das Album kommt über Rough Fiction Productions und erscheint als CD und auch als Bundle. Ringo 111, Masterplan. Die 111er sind eine Rapgruppe aus Hamburg. Die Clique ist seit mehreren Jahren aktiv und bringt jetzt das erste richtige Release. Masterplan kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Maxwell, Saphir und Taimo. Das Album kommt über 111er Records und erscheint als Box. SSIO Messios. Der Kanalreiniger ist wieder am Start. Das letzte Album von SIO 0,9 erschien Anfang 2016 und liegt somit schon fast vier Jahre zurück. Jetzt folgt nach der langen Schaffenspause das lang erwartete dritte Soloalbum. Messios kommt mit 13 Tracks, Features gibt es keine. Das Release kommt über alles oder nix Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Das letzte Album von Ryn, Eros, erschien 2017, worauf dann 2018 sein Mixtape Planet Megatron folgte. Jetzt ist es an der Zeit für sein zweites Soloalbum. Nimmerland beinhaltet 14 Tracks, Features kommen von Bowsar, Bilderbuch, Luciano und Sido. Das Album kommt über Division und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Farid Bang, Torre Molinos. Der Titel des Mixtapes ist angelehnt an die gleichnamige spanische Gemeinde, in der Farid Bang als Kind aufgewachsen ist. Das Mixtape besteht aus Tracks, welche Farid 2019 rausgebracht hat. Zusätzlich werden noch vier neue Tracks und ein Remix dabei sein. Torre Molinos kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von The Game, 6ix9ine und French Montana. Das Mixtape kommt über Banger Musik und erscheint als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. 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 Ciao.